Dann gibt es ein Kapitel unter dem Tarot, das heißt Ru'u Sub-Tarot. Ru'u Sub-Tarot, das heißt die Führer der Tarot. Wer sind denn dann die Führer der Tarot? Und dann sagen unsere Islamwissenschaftler, die Führer der Tarot, Er-Ru'u Sub-Tarot, sind fünf. Es gibt fünf Leute, fünf Arten von Kreaturen, von Menschen oder Systemen, die was machen? Die den Tarot sind, also die die Führer der Tarot sind. Es gibt fünf Führer, merkt euch das, fünf Führer, Lider vom Tarot. Und zwar, der erste ist zweifelsfrei der Schaitan. Schaitan ist der erste Führer des Tarots, Iblis, la-netullahi aleyh, das ist der größte Tarot. Dann, zweitens, jemand, der zu sich zur Anbetung aufruft, der jemand will, dass er angebetet wird. Auf was für eine Art und Weise auch immer, dass er angebetet wird. Dalai Lama etc., Buddhismus. Drittens, jemand, der zufrieden ist, wenn er angebetet wird. Das ist gefährlich. Dieser Dritte, der ruft nicht auf, dass du ihn anbetest, der weiß, dass du ihn anbetest, aber er sagt nicht, mach das nicht. Also das ist genauso, zum Beispiel in einer Tarikat, in Sekten, wo der Scheikh zum Beispiel merkt, dass die Angehörigen, die in der sogenannten Jamaat sind, anfangen ihn anzubeten, anzuhimmeln, ihm bestimmte Kräfte zuzuschreiben und er sagt nichts dazu. Er weiß, dass das nicht stimmt, aber er lässt das auch zu, weil, wer mag denn nicht, wenn jemand ihn anhämmelt. Aber das geht schon ins Anbeten hinein und dieser Mensch, dieser Mensch, der Tarot in der dritten Kategorie, lässt das zu, dass man ihn anbetet. Er sagt nichts, er hindert die Menschen nichts daran. Und das ist der dritte Kopf des Tarots. Bilden heute in der islamischen Welt, auch in der nicht-islamischen Welt, sehr, sehr viele Menschen. Viertens, der vierte Kopf von Tarot ist, jemand, der behauptet, über das Beworgene, über das Verborgene zu berichten. Jemand, der behauptet, über das Verborgene zu berichten. Das kommt auch in der Surat Al-Kef vor, Rajmen Bil Raib, Das sind halt die Leute, die halt behaupten, diesen Teil von Ashabi Kef zu berichten. Aber was sagt Allah? Rajmen Bil Raib. Sie tun eigentlich nur das Verborgene bewerfen oder drin rumsteuchern, sinngemäß auf Deutsch gesagt. Und daher, Leute, die zu euch kommen und sagen zu euch, Pass mal auf, Achri, ich kann euch vom Verborgenen berichten. Ich kann erzählen, was du morgen machen wirst. Ich kann erzählen, was übermorgen mit dir passiert, zum Beispiel mit den Sternzeichen. Ja? Dann ist diese Person auf jeden Fall ein Tarot geworden. Warum? Er hat die Grenzen überschritten, die Allah gegeben hat. Und was ist eins der Grenzen? Das ist Al-Raib. Und Raib, die Zukunft, die Zukunft und das Verborgene, kann nur Allah. Kann nur Allah. Und außer denjenigen natürlich, denen Allah subhanahu wa ta'ala, diese Möglichkeit dazu gibt. Aber heute sehen wir auf den Straßen oder in den islamischen Bereichen, jeder kommt und sagt, morgen wird mit dir das und das passieren. Er kommt zum Beispiel aus dem Kaffeesatz, aus dem Mokka und versucht aus dem Mokka eure Zukunft zu lesen. Und was passiert mit den Leuten heutzutage? Sie glauben auch noch in dem Stück Dreck, Mokka, ihre Zukunft und gestalten auch noch ihren Tag dazu. Also, wir leben in einer Zeit, wo Allah verleugnet wird und das wird als Modernismus verkauft. Und die gleichen Menschen haben hier zum Beispiel ein Bärchen hängen, das ist ein Glücksbringer, ne? Ein Engelchen haben sie hier hängen, das ist ein Glück, das ist aber nicht. Das ist modern, in ihren Augen. Und diese modernen Menschen, die nicht an Allah und an seinen Gesandten glauben, sie glauben, was aus dem Kaffeesatz gelesen wird oder was Menschen aus einer glitzernden Kugel ihnen berichten. Und gestern Abend noch, habe ich im, ich weiß nicht, was für ein türkischer Kanal das gewesen war, ich glaube, das war Habertürk oder Star gewesen, Fatih Altay, hat auf jeden Fall eine Frau moderiert, die wirklich offenkundig nach ihrem Verständnis, eine moderne Sendung von Fatih Altay natürlich, die berichtet, was im Jahre 2016, also von Januar bis Dezember, so alles passieren wird. Und das wird dokumentiert. Ja? Aber wenn ihr kommt und berichtet vom Tarut und die Distanzierung von den heutigen Systemen und von Allah, von la ilahi lallah, dann seid ihr was? Da seid ihr Tijaji, Gereji, die zurückgebliebenen Menschen, die, wie Atatürk lanetullah a.s.a., die ihr die Gesetze eines nackten Bedouins, hasha, anfangen zu befolgen. Also in so einer Zeit leben wir. Auf jeden Fall diese vierte Person des Taruts. Deswegen, der Tarut ist eine Bedingung des Islams. Wenn du das nicht kennst, hast du keine Entschuldigung. Du kommst gar nicht erst in den Islam rein. Deswegen müssen wir als Muslime das heute thematisieren, wie Allah ta'ala beauftragt hat, alle Propheten, a.s.w., dies zu thematisieren. Und wir werden das, inshallah, als Mawahidu bis zum Tag des Sünften Gerichts, inshallah, thematisieren. Der fünfte Tarut, also der letzte, der Ru'usu Tarut ist auch unser Thema heutzutage, was wir hauptsächlich darauf beharren werden. Fünften ist derjenige, der Gesetze gibt und diese Gesetze sich offenkundig mit dem Islam widersprechen. Ganz klar. Das sagt Imam Kurtobi, Fahreddin Razi, Aliul Qari und alle anderen islamischen Gelehrten sagen, diejenigen, die zu Halal, zu Haram und Haram zu Halal machen, sind zweifelsfrei Kuffar. Sie sind nicht nur Kuffar, sie sind nicht nur die Feinde Allahs, sie sind der Tarut, womit wir beauftragt worden sind, uns von diesen Leuten loszusagen und den Tekfir auf sie auszusprechen und sie mindestens, mindestens zu hassen.